Der Mann, den ich jetzt ankündigen darf, kann hinziehen, wo er auch will, in welche Stadt er auch will. Überall feiert er triumphale Erfolge. Und für alle, die in Wien im Konzerthaus nicht mit dabei sein konnten, kann ich diesen Mann hier vorstellen. Es ist immer ein schöner Augenblick, wenn man ins Spotlight-Stammbuch so einen Namen eintragen kann. Ein amerikanischer Kritiker schrieb von ihm, er glaubt, der Mann hat bloß fünf Finger an der rechten Hand, aber er spielt, als hätte er 30. Übrigens, bei der zweiten Nummer sehen wir dann seinen Sohn Manero und jetzt kann ich ihn groß ankündigen. Manitas de Plata. Alla, hey, hey! Alla, 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 hey! Musik Musik Musik